Der Rahmen macht's aus. Was heißt das bitteschön? Dieses Steakbeispiel, goldene Steak, Ribéry, der Mann, Nusret Götzschke, der Steaks für 1200 Dollar verkauft. Das ist der Typ, der das Salz immer, Salz saugt Flüssigkeiten auf, der das Salz immer über seinen schwitzigen Ellbogen laufen lässt, damit nochmal die Schweißperlen vom schwitzigen Ellbogen aufgesaugt werden und dann eben auf dieses Ding drauf fällt. Was nennt sich der? Fleischer. Fleischer! Fleischer, wenn er sich zumindest Steak-Wahnsinns-Super-Goldveredelungsexperte nennen würde.